liebe sims 4 freunde herzlich willkommen zurück zu die sims 4 ich habe unser bad ein klein wenig präpariert wir können jetzt ja wäsche waschen und trocknen ja ich mach mal wieder alles größer als ich es eigentlich brauche aber ich wusste nicht so groß eigentlich mein spiel nicht mein spiel ja doch mein spiegel wird wenn ich mein spiegel ist das egal was es ist es ist es ist ein bad mag ich keine so ich persönlich mag im bad nicht so große fenster nicht so lange ein bisschen zu klein so jetzt kriegen unsere katzen noch ein bisschen licht tages licht und den spiegelpomp vergessen natürlich passiert mir keine ahnung was chloe da macht sie kotzt uns die bude voll sehr schön ich habe keine ahnung was unsere katzen haben aber ok alles gut ich würde ja mit ihr eigentlich gern wieder in unsere praxis gehen aber irgendwie funktioniert das nicht das sind drei näpfe voller essen 3 kann mir keiner sagen dass die da nichts zu essen finden so ach so sind uns rücklungen ich sehe gerade unsere katzen nicht eins zwei eine fehlt zwei fehlen ich bin schon wieder im schlafzimmer irgendwo ja 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 ob ja 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 In zwei verschiedenen Tiergeistern spielen. Gleichzeitig mit zwölf Tieren befreundet sein. Oh Gott. So, wir haben jetzt Katze gespielt. Wir gehen mal schlafen. Die Katzen sind putzmunter. Das ist echt übel. Naja, mehr hat am Ende. Zwei schlafen, drei schlafen. Die ist doch gerade umgekippt. Oder bin ich jetzt gar gar? Ich blick's gerade gar nicht. Die ist doch gerade umgekippt. Die ist doch gerade umgekippt. So, wie viele? Wir haben 5000 Vorteilspunkte. Wir können das hier machen. Ihr könnt das. Ich will das. Erst nehmen wir das. Wir gehen eine Runde arbeiten. Ich habe schon so lange keinen Sims mehr gespielt. Was ich gerade ein bisschen überlegen muss. Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Möchtest du eigentlich nicht mal deine Tierarztkleidung anziehen? Das ist nur so eine Frage. Ich finde es sehr schön, dass man die Fische hier nicht füttern muss. So. 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 jetzt loben wir kurz unsere Mitarbeiter und dann kümmern wir uns um den ersten Patienten. Dann werde ich mein Spielfreund nicht wieder verpacken. Das sieht gut aus bis jetzt. Das ist gut. Wacht er jetzt von alleine wieder auf oder? Vor allem finde ich es auch toll, dass der Hund erst mal zwei Räume weiter läuft. Ihm ist schwindlig und er läuft einfach mal zwei Räume weiter und kippt dann erst um. Das ist sehr logisch. Langsam kriege ich jetzt einen kleinen Koller. Danke. Ich finde es gerade leicht nervig. Wirklich. Ich finde es gerade wirklich nervig. Aha. Aha. Zehn Jahre später. Ich glaube sie nicht. Ähm. Was gibt es jetzt? Leid. Das war jetzt eine schwere Geburt, Leute. Das war jetzt wirklich eine richtig schwere Geburt. Ja. So. Wir untersuchen mal das Fell. Ja, nämlich eindeutig schön. Wir untersuchen den Mund, weil er soppert. Ja. Ja. Das war ja schon. Ja. Ja. Projektiv! So, topseln da mal rein. Kleiner Puder. Großer Puder. Bauri, Bauri, Grauli. Kasiba. Vielen Dank. Ah, okay. Gungolai, Mangoyambik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020